Hi liebe Leute und zwar, wir spielen heute dieses, wie ist dieses Spiel, dieses, auf dieser Insel muss man ja überleben, da spielen wir heute und zwar, ich versuche zu überleben, kleine Schäfchen, hallo du süßes Schäfchen. Ähm, ich habe hier eine Kiste bekommen, oh, und da sind sehr viele Sachen drin, ich muss dann mal alles nehmen, aber zuerst gucke ich mich um, ist es nur eine Fläche, oh mein Gott, ja, wie werde ich hier überleben, oh mein Gott, ich werde sterben, wahrscheinlich vor Hunger oder sonst noch irgendwas. Das erste, was wir machen, ist die Ernte, warte mal, Melonenkerne, oh, die brauchen ja ewig. Hm, das erste, was ich mache, sind, genau, die Ernte, eins, zwei, drei, damit wir nicht verhungern werden, drei, hier neben dem Wasser, damit die Ernte schön frisch wirkt. Ich glaube, die Melonen machen wir hier hin, Kürbisse, was habe ich noch, äh, Weizen, Weizen ist sehr wichtig, damit kann ich vielleicht, ne, das geht gar nicht, ähm, vergiss es einfach. Ähm, ähm, ich bin gerade zu blöd, um das zu machen, ja, ich bin manchmal echt hobbylos. Dann haben wir noch Rüstung, für was wir das auch immer gebrauchen können, hm, ich weiß nicht, hier ist es irgendwie so harmlos und man bräuchte eigentlich keine Rüstung, weil hier werden hoffentlich keine Zombies spawnen. Wird das Nacht gerade? Ich weiß gar nicht. Hi, kleines Schäfchen, du guckst so einsam. Ich bin auch einsam, hi. Warum schiebt der so? Egal, dann pflanzen wir mal. Nein, wir pflanzen nicht. Wisst ihr, was ich mache? Ich baue die Kiste einfach ab, aber ich habe Angst, dass irgendwas daneben fällt. Oh mein Gott, okay, ich mache es. Ich brauche immer so ewig, um alles da rauszuholen. Ich meine, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich dachte schon, es wäre zu Ende. Ähm, genau. Ich ziehe mal die Rüstung hier an. Was kann ich noch machen? Ähm, ich überlege, was ich machen wollte, ist, diese Erde hier abbauen. Es hat einfach gerade vorhin voll gehängt, so. Ich habe, siehst du, es geht nicht. Wieso? Wieso genau jetzt? Ähm, dann habe ich schon mal fünf Erdblöcke und kann mein schönes Feld hier vergrößern. Ähm, dabei habe ich meistens Angst. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil, ding. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin gerade fast ertrunken. Ich sneak mich jetzt hier hin und versuche das Block. Oh, es ist dahin geflogen. Ich will ertrinken. Schmarrn. Ja, wow. Das wird aber nicht funktionieren, ne? Hilfe! Hilfe! Komm, komm, mein kleines Blöckchen, komm zu mir. Wieso kommt das nicht zu mir? Es mag mich nicht. Ups, bin ich gerade auf die Ernte gesprungen. Okay, nichts ist passiert. Komm. Oh mein Gott. Es ist einfach ein Kohlblock gekommen. Geht sowas? Ich mache das hier zum ersten Mal, Leute. Ehrlich. Oh, ich habe Kohle. Ich hoffe nur nicht, dass es irgendwann mal Nacht wird, was ich wahrscheinlich, was wahrscheinlich passieren wird. Oh mein Gott, Eisen, ja. Ich weiß nicht, für was ich mich freue, aber ich glaube, ich brauche nicht mal Eisen. Oder? Nur mal Freude. Oh, ich bin zu dumm, um das abzupauchen. Ja, wieso hängt das so? Liegt das an mir? Ich weiß gar nicht. Die Sache ist, ich brauche Stein. Könntest du mir mal Stein geben? Ich muss einen Ofen machen. Komm schon, Stein. Genau, super. Ja, jetzt freue ich mich endlich mal. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade fast in die Lava gefallen. Oh mein. Ja, schon wieder Kohle. Okay, Kohle braucht man auch für einen Ofen. Hallo. Ich bin auch nicht normal. Ich glaube, ich denke, wenn man kurz... Ich muss Bäume aufpflanzen. Oh mein Gott, das ist so dunkel. Komm, Zombies. Ich weiß gar nicht. Ich mache das hier zum ersten Mal. Schäfchen, warum guckst du mich immer so verzweifelt an? Da mache ich auch einen Baum. Habe ich Holz? Ich habe nicht mal Holz. Oh, ich bin so blöd. Ich muss einfach nur abbauen. Ich bin so blöd manchmal echt. Ich hoffe noch nicht, dass Zombies kommen. Ich habe so Angst. Wie werde ich überleben? Dann bin ich ehrlich. Dann braucht man schon die Dings. Die... Was wollte ich jetzt sagen? Boah, ich bin manchmal echt vergesslich. Dann braucht man schon die... Nein! Spring nicht runter, Schäfchen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Du bist mein einziges Essen. Komm her. Komm her, mein Schäfchen. Weizen, gell? Die mögen Weizen. Hier. Komm. Ich habe Zwecke. Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Es tut mir so leid. Wie gebe ich dir das? Er hat es gegessen, oder? Oder habe ich es dir jetzt? Wieso bin ich so verzweifelt? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Egal, auf jeden Fall. Wartet mal. Was wollte ich gerade machen? Stimmt. Ich wollte mir Kerzen bauen. Weil es dir dunkel ist. Ähm, ja. Jetzt kommen keine Zombies, wie ich gerade sehe. Ups. Ähm, genau. Schau, ich mache dir schönes Licht. Dann fühle ich mich wahrscheinlich wohler. Hier mache ich noch eine Kerze. Ich will alle loswerden gerade. Dann baue ich weiter meinen Stein ab. Mein Eisen. Mein einziges. Oh mein Gott. Ich verliere das nicht wieder rein. Ähm. Oh. Und ich bin wieder reingepackt. Wieso? Oh, 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 oh. Ja, endlich wieder Stein. Ich habe erst drei Stein. Wie ihr sehen könnt. Ähm. Hilfe, Hilfe. Ich bin so... Ich kann das nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Klar. Schäfchen, hilf mir mal. Ich will ertrinken. Ich will ertrinken. Ertrinken. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Für was mache ich denn Essen? Habe ich Hunger? Kriege ich hier drin Hunger? Ich will mal Karotten essen. Ich will mal Karotten essen. Ich habe keine Karotten essen. Für was habe ich die dann? Zum Pflanzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott hat es mich gerade ja schon. Einfach eine Melone ist gerade gekommen. Ja, ich baue es mal ab. Hui. Oh mein Gott und nochmal. Äh. Stimmt es gerade oder... Ich baue es mal nochmal ab. Und jetzt ist es nicht mehr da. Alles klar. Es ist einfach zweimal da gewesen. Hm. Leute, mich langweilt dieses Spiel. Ich weiß nicht wieso. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Sterbensmiss. Ah, doch. Leute, ich bin so blöd. So blöd. Wie blöd kann man sein? Da oben steht es ja. Normalerweise steht es ja immer unten. Und... Ja. Ich bin zu blöd, um es zu verstehen. Wehe, du springst in die Lava. Geh weg. Geh weg, Schäfchen. Wieso kommst du mir näher? Du machst mir Angst. Wie lebt dieses Schaf? Hilfe. Schäfchen? Schäfchen, du machst mir Angst. Warum guckst du mich so komisch an? Guck mich nicht an. Hallo? Oh mein... Oh, oh, oh. Ja. Sagen wir mal, wir machen Schluss für heute. Das war Part 1. Ähm. Ich bin so weit wie möglich gekommen. Meine Bäume sind immer noch nicht gewachsen. Mein Schaf hört sich so einsam an und sieht so einsam aus. Egal, Leute. Ähm. Ich mach Schluss für heute. Oh, mein Baum ist gewachsen. Yay. Zum Schluss. Schäfchen, würdest du mal da weggehen? Ich hab mich für den nächsten Part über eine Wohnung bauen wollen. So ein Häuschen für mein Schaf. Ne. 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 Äh. Ja. Dann... Tschüss, Leute. Oh. Oh nein. Ciao. Ciao.